oder die ist wieder hier ist wieder hier ist wieder hier ist wieder hier wo auch immer wo auch immer wo auch immer wo auch immer da hier mit der Rölden Arschloch nachher von mir aus simple Ja, komm her. Und tschüss. Takk. Immer noch einer. Oh, fuck, jetzt sind's mehr drauf. Ah, fuck. Ich bin schluss. Ha. Und tschüss. Oh ja. Zwei. Einstreich. Nein. Oh, Gott sei Dank hat mein Herz noch gekriegt. Oh, ein Handschuh. Ah, Marius Handschuhe. Igitt, der ist ganz verdreckt. Wenn das selbst dastand, ich konnte es nicht mehr zu Ende lesen. Oh ja. Hallo Boohoo. Und du hast mich getroffen, du Mistvieh. Jetzt in den Krieg. The, 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 the Dachluigi. Mach, 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 mach. Oh, noch ein Herzchen! Wey! Fast wieder voller Energie. Dafür fühlt man sich doch gleich wohler. Alles klar. Da war die komische Wahrsägerin. Ich geh jetzt zur komischen Wahrsägerin, weil ich jetzt einen Handschuh gefunden hab. So, du komische Wahrsägerin. Zeig dich mal. Genau. Na nun, was ist das für ein Gegenstand, den du mit dir führst? Würdest du ihm bitte Madame Lecaro zeigen? W-was ist denn das? Sian, Marius' Handschuh. Aha, ha. Er ist noch immer feucht vom Angstschweiß. Oh ja, sie kommen. Die Geister erscheinen. Kommt herbei, Geister der Macht. Zeigt euch, Geister des Sehens. Lasst mich blicken auf die gar schrecklichen Dinge, die sich da heute Nacht zutragen mögen. Gläserne Gurke, Symbol meiner Familie. Befähige dich deiner dunklen Mächte, um uns alles zu enthüllen, was du könntest. Äh. Ich meine, du kannst. Enthülle uns alles, was du kannst. Zeige uns diesen Mario. Das Licht der Geister nähert sich. Gewährt uns einen Blick. Oh, Murmel. Dein Mario wird gefangen gehalten. Doch wo? Wo nur? Das ist hier die Frage. Ja, ein Gemälde. Dein Mario wird in einem Gemälde festgehalten. Ja, das hab ich auch schon gesehen. Meine Kugel zeigt ein seltsames Altar und mach schon, du dämliche Kugel. Genau darüber dein Mario ersteckt in einem Bild fest. Ui, ich kann mich nicht konzentrieren. Die Geister, sie verlassen mich. Bring mir mehr Fundstücke von Mario, wenn du mehr über ihn erfahren möchtest. Hier oben haben wir noch einen Schlüssel. Haben wir noch Wasser. De, de, de. Mario. Ich will das Wasser finden. Doktor Mist. De, 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 de. De, de. Wartenwasser. Oh, hier ist ein Buch. Hier ist ein Buch. Hier ist ein Buch. Ah, ich glaub, das war einer, den wir schon mal angefangen haben. Äh, ne, so schon mal gar nicht. Aber so. Bitte mal, Luigi, ich habe eine ganz besondere Information für dich. Anders als die Buchszeichen, zeigen sich die gewöhnlichen Gäste nicht, wenn man hier nicht und sie da musste, die von ihm abbilden. Bestimmt, also, was sei es, aber hey, hier ist jetzt wohl ein ganzes Platz. Ja, das hat schon selbst auch gefunden. Gebt auch Luigi. Aua. Das kann man so auch zu dem Geist machen. So, einmal hier durch. Okay, wahrscheinlich hätten wir hier an dem Brunnen auch was gekriegt. An Wasser. Denke ich jetzt einfach mal so. Nee, muss nicht. Hier war's. Na komm. Alter, geht's dir gut? Ah, mein Bildschirm ist schwarz geworden. Ausgerechnet jetzt. So. Ah, hallo. Nee. Hab ich dich. Zack. Oh, ganz viel Geld, ganz viel Geld, ganz viel Geld kriegt man. Das hat sich wirklich gelohnt. Und ein Herzchen kriegt man noch dazu. Lohnt sich auch mal mehr. Alles klar. S mit O, ich weiß, wo wir gehen müssen. Wollen wir mal wieder hier... Wo, 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 wo. Hier durchmarschiert wieder. So, ich glaube, hier. Genau. Ich nehm ne Abkürzung. Ach, Mensch. Nein, 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 nein. Das ist oben drüber. Fui. So, jetzt können wir auch hier die letzte geschlossene Tür öffnen. Nämlich diese hier. Jetzt. Zumo der Spilling hoch. Ah ja. Hui, ein Geist. Und er ist weg. Mario. Oh ja. Na, hallo. So, und er geht es doch nochmal raus. Und er geht es doch noch mal raus. Der Geist kann auch nochmal rauskommen hier. Hier. Ja, mir hat das untere Bett immer besser gefallen. Sagt hier oben dasselbe? Ja. Hm, sehr elegant. Nicht ganz ungefährlich, aber nicht sonderlich interessant. Hm. Nein. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Na, mein Herz. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Da war es mal ein Geist, aber jetzt will er auch nicht mehr rauskommen. Oh, ich kann hier auch aufklettern. Coole Sache. Na. Ziemlich staubig hier oben alles. Tja, und nun? Wo ist der Kuchen? Oh. Oh, komm mal her, hier. Oh, bringt mir nichts. Es ist ein Bild, aber ich würde es nicht als Kunst bezeichnen. Ich frage mich, ob es hier etwas Feindes zu entdecken gibt. Tja. Hups. Hups, jetzt sind wir mal rausgegangen. Vielleicht ist es mein Geister oder da. Nö. Er will nicht. Mario. Ja, ich frage mich, ich frage mich, ich frage mich, ich frage mich, ich frage mich. Im Moment, weiß ich nicht. Ich frage mich, ich frage mich nicht weiter. Keine Ahnung, was ich hier machen soll. Keine Ahnung, gibt mir einen Tipp oder so. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, ne. Ja, da würde ich sagen, ich bin dann dieser Stelle und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. gut auf also bis dahin